Grüezi miteinander und hoi zusammen, ich bin Kathrin Erni von SwissGermanOnline.com In der Wäschküche Wir sind ja eigentlich schon wieder seit einer Woche von den Ferien zu Hause. Wir sind ja eigentlich schon wieder seit einer Woche von den Ferien zu Hause. Aber es hat wirklich so lange gebraucht, bis wir alles ausgepackt, gewaschen und wieder versorgt haben. Aber es hat wirklich so lange gebraucht, bis wir alles ausgepackt, gewaschen und wieder versorgt haben. Wir hatten einen riesigen Wäschberg. Wir hatten einen riesigen Wäschberg. Es ist unglaublich, was man mit zwei so kleinen Kindern während einer Woche alles braucht. Es ist unglaublich, was man mit zwei so kleinen Kindern während einer Woche alles braucht. In unserem Blog hat es zum Glück eine Wäschküche. In unserem Blog hat es zum Glück eine Wäschküche. Hier kann man sich im Voraus in eine Liste eintragen, wenn man waschen möchte. Hier kann man sich im Voraus in eine Liste eintragen, wenn man waschen möchte. Im Prinzip kann man so häufig waschen, wie man möchte. Aber man muss aufpassen, dass man die anderen nicht irritiert, wenn man die Wäschküche immer besetzt. Im Prinzip kann man so häufig waschen, wie man möchte. Aber man muss aufpassen, dass man die anderen nicht irritiert, wenn man die Wäschküche immer besetzt. Darum versuchen wir uns auf drei Mal pro Woche zu begrenzen. Darum versuchen wir uns auf drei Mal pro Woche zu begrenzen. Jeder versucht fair zu sein und auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Jeder versucht fair zu sein und auf die anderen Rücksicht zu nehmen. Das funktioniert eigentlich recht gut. Das funktioniert eigentlich recht gut. Die Leute sind meistens sehr flexibel. Die Leute sind meistens sehr flexibel. Unserem Block hat es eine Wäschküche für acht Wohnungen. Unserem Block hat es eine Wäschküche für acht Wohnungen. In der Wäschküche hat es auch viel Platz, um die Wäsch aufzuhängen. In der Wäschküche hat es auch viel Platz, um die Wäsch aufzuhängen. Es hat ein Luftempfüchter, das die Wäschküche schnell ertröcknet und es hat auch ein Tömbler. Es hat ein Luftempfüchter, das die Wäschküche schnell ertröcknet und es hat auch ein Tömbler. Wir brauchen meistens den Tömbler. Wir brauchen meistens den Tömbler. Das braucht zwar mehr Strom, dafür kann man die Zeit sparen. Das braucht zwar mehr Strom, dafür kann man die Zeit sparen. Hier kann man sich im Voraus in eine Liste eintragen, wenn man waschen möchte. Die Leute sind meistens sehr flexibel. Wir sind ja eigentlich schon wieder seit einer Woche der Ferien zu Hause. Wir brauchen meistens den Tömbler. Ja, über die Wäschküche muss man manchmal mit den anderen Nachbarn sprechen. Darum mache ich noch zwei weitere Filme mit Dialog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020